so und das natürlich was auch sonst immer wieder extreme hilts vielleicht mal hier zum hülle eine schöne fände ich ganz nice zur abwechslung abwechslung unserem zeug wer hätte das nicht gern abwechslung aua 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 stört einfach nur gar nicht und wie wir gar nicht weiter hier unten passt schon passt schon ja passt schon alter ich bin wieder nicht zu einer zombie party Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu sterben. Jojo, ich weiß schon. Deine Gesellen sind alle weg. Wird nichts für die jungen Gesellenabschied. Er hat sich mal den Treppel für uns vorgebaut. Dumm 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 dumm. War bestimmt der Allerheiligste. Der Allerheiligste von allem. Der ist halt heilig. Am heiligsten, normaler Heidigsturm. So, da ist ein Tannenwald, das ist mal ein neuer Biom mit, auch wenn es genau so langweilig wie die anderen Biom ist, aber es ist ein neuer Biom. Mann will ja nicht meckern. Nörgel, nörgel. Oh, ein Steinbiom. Ich bin begeistert. Er besteht aus Stein. Nein. Hey. Willst du mich eigentlich rollen? Ja, die haben schon die haben schon die Witterung aufgenommen. Ich sehe es ihnen doch in ihren gierigen Augen an. Ach ja, und wieder ne Wiese. Äh, ich krieg... Ich hab nicht mal ein Blumenbiom bis jetzt gefunden. Ist echt krass. Da oben liegt Schnee. Ist auch ganz cool. Da oben liegt Schnee. Ist auch ganz cool. Na, wo bist du? Flup. 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 Und wir haben schon lebe 29. Krass. Ach was laber, ich hab gleich lebe 24. Wir müssen nur die XP vornehmen. Genau hier. Flup. 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 bitte widerspiele ich möchte auch nicht nur ich möchte dich entdecken ich möchte dich erforschen ohne blumenwiese wir sind auf einer blumenwiese da lag das fürchterlich warum lag das so so habe ich jetzt mal ausgemacht um die fps sich erholen zu lassen wird mich verarschen was lädt der denn hier das ist schon wieder wie vorhin irgendwas lädt ja hier wirklich fort fatales ich weiß nicht wasser lädt aber es ist unschön ich gehe mal in den biogen dahinten vielleicht finde ich ja ein hexenhaus ist ja vielleicht mal was ganz cooles solange eine hexe drin ist weil sich das hextaus ist wirklich spannend auch so ein kessel und den kann man sich selber basteln ach ja orchideen haben wir hier ein paar da habe ich nicht mal das 128er grafikpakt runtergelegt und es lag also könnt mir nicht erzählen dass das an meinem rechner liegt das kann dann nicht erzählen 20 fps 20 fps ach ja ja so wirklich was finden tücher war allerdings auch nicht ist einfach nur im wald halt ich bewege mich jetzt ganz langsam so ich will mich jetzt immer so ja ich will bestimmt nach mit rendern mit 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 laden generieren und immer auch mal lassen wenn man das nennen der renten nennen möchte das gibt's doch nicht liebes spiel irgendwas bitte irgendwas blub 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 Also wie es aussieht, ist keine Hexe, sondern Huch Ja natürlich, das Hexenhaus ist so gigantisch Ihr seht euch mal dieses Haus alles einfach So gigantisch groß, dass das ganze Spiel erstmal anfängt zu lecken wieder Natürlich ist der Eingang auf dem Wasser, was auch sonst Erde Hallo Niemand zu Hause Die Gäste lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil das bringt mir eh nichts Ähm Ich könnte aber mal ganz kurz einen Ofen machen Achso, ich habe ja schon einen gehabt Ordentlich schlimm, dann nehmen wir halt Die Kohle, die wir nicht besitzen Und brennen sie erstmal So, Kohle brennen Dann brennen wir einerseits mal das Eisen weg, was wir haben Andererseits Wie sieht denn der Archive-Benz aus? Erfolge Geschafft, geschafft, geschafft Wirf Diamanten zu einem anderen Spieler Okay Diamanten finden, geschafft Achjo, das sind die Wege, die wir noch machen müssen Alles klar Bahn frei, lege einen an der Lohre, mindestens ein Kilometer ein Stück zurück Kannst du dich auch wirklich fangen Und berate einen Fisch, mach mal Okay Wir müssen noch tiefer Zurück zum Anseit-Absender Spiel mit dem Feuer Alchemie Loll, das Ende haben wir schon längst erreicht So, dann So, dann braten wir uns erstmal kurz Fisch Und dann haben wir gleich ein Archive mit dazu gekriegt Können wir noch mal gucken, was der Folge noch so gibt Das sah gerade recht lustig aus Ich glaube, die haben eine neue dazu gepackt Scharfschützen-Duell Töte 50 Meter Entfernung Das ist heftig Fliege mit einem Schwein eine Klippe hinunter So Ich weiß zwar nicht, was mir das bringen soll Aber okay Schaffen wir da noch eine Koliage Wunderbar Das schaffen wir nicht mehr, okay Ähm, dann Braten wir uns jetzt mal Fleisch Habe ich einen Stack voll, das ist gut Yay Köstlicher Fisch Erfolg erzielt Ich bin so Aveson Fragt mich mal warum Fragt mich mal warum Ich weiß es nicht Jam, 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 jam So Köstlicher Fisch Hier die sind überall Pilze Und da ist ein Pilze und, naja, okay Das ist bestimmt die Fußpilzzucht der Hexe Was macht das Schwert? Dum, 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 dum das wollte ich nicht stört bei ihr bild fremde einrichtung auch nicht schlecht so das kommt darüber noch da hoch mal ich und da hoch und das kommt wollte ich gar nicht wollte ich gar nicht dann dann das wollte ich gar nicht das wollte ich gar nicht stimmt das wollte ich gar nicht nicht kochen ich könnte nicht kochen oh mein gott dann halt nicht dann brate ich mal den lachs und danach essig brate ich mir das hier als eisenherz gebratener lachs köchlich so da haben wir noch gebratene steaks dann esse ich den lachs und den fisch auf dann haben wir wieder zwei slots frei und das hier dann werde ich wieder gegessen haben wir das passt dann schon so hier haben wir noch ein paar eisenbarn dann lege ich hier wirklich mal die rüstung ab jetzt und pack die da rein bevor sie wirklich noch kaputt geht moment mit gutsamkeit abbauen okay und dann kraften wir uns kurz eine richtige rüstung flap flap flip verloops da noch ein bisschen eisen da noch ein bisschen eisen liegt irgendwo kohle rum so zufällig so ein bisschen so irgendwie der ecke nö nicht wirklich boah steaks haben wir hier noch steaks ich hätte gerne ein paar steaks frisch und saftig wenn es geht dann brennen wir auch noch ein bisschen kohle weil das reicht nicht ganz wenn wir fast einen dritten ofen machen damit es schneller geht dritter ofen flug dann breit mir hier damit einfach mal auch noch kohlen flug dann breit mir hier damit einfach mal auch noch kohlen landau es ist vor allem nicht rum und brenn nur kohlen auch druck Ich hab' noch nicht mehr, ne, mehr Holz hab' ich gar nicht dabei, schade eigentlich. So, weg damit. die hälfte vom fleisch brate hier und hier kann ich mir jetzt so eigentlich nichts braten gebratener frisch gebraten ist davon ist jetzt nichts ach so doch ich kann natürlich das eisen weiter braten ich kann nichts machen damit okay gut ja okay das wird also gleich fertig sein ich hoffe zumindest das gleiche sehr wird und wir werfen mal kurz weg was wir nicht mehr brauchen dazu zählt zum einen das da zum anderen kanzler durch das ansatz und ich gar nicht fackeln brauchen wir natürlich natürlich die blumen behalten wir dies drei arten den kugel für spaltig auf jeden fall holz brauche ich gerade nicht mehr erde brauche ich auch nicht mehr das ist recht wichtige dinge spätestens die bett und so kann ich dann gleich wegwerfen irgendwann so vielleicht passt die übernachten hier drin weil es passiert nichts kann ich mir dann hier ein schönes zu hause einrichten weniger so ein zwischenlager wenn ich jemals in meinem leben wieder vorbeikommen sollte dann wird das auf jeden fall gutes zwischenlage abgeben und es wird nur noch die hose dafür noch drei schnee mehr da fehlen wir noch 7 7 4 gerade schneller dauert es lange hier schneller brenn und erleben brenn und nacht ich hab angst 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 vor nacht wenn ich damals jetzt ein stück kohle rein so reicht gerade so alles so so sieben eisen habe ich das gab es jetzt 11 gut gemacht ich bin begeistert das gefällt mir ja wirklich richtig gut ich finde ich bin was mache ich mit dem kugel zu stellen jetzt achten gebe ich bestimmt in den draußen kann ich mir da voraus gift tränke braun aus dem kugelfisch alles klar müsste ich mal nachschauen was man den kugelfisch so macht kugelfisch kugelfisch ich schlafe dann mal der gtp hat einen erfolg erzielt wer magt es mich zu stören niemand okay bin ich gut so gleich sind wir fertig gleich sind wir fertig achso es gibt ja alles level dazu stimmt ja ja bis level 25 wenn wir zurückkommen sind wir reich wer haust da unten rum da liegt das zeug geil hoffentlich ist eine hexe oder haus das wäre ziemlich geil so dann tun wir mal hier die restlichen zwei noch verteilen damit es einfach noch schneller geht und fertig wunderschön fertig und fertig und komm schon das schaffst du fertig grazie so auf nach unten hexe nee creeper achso dann wenn es nur ein creeper ist dann so weiter geht's jetzt mit neuem fleisch dabei ich esse das kein lachs danach hmmm köstlicher lachs der ist so cool ich will den gar nicht essen eigentlich die ist aber natürlich schwach warum soll ich lachs nicht essen wenn wir da cool ist man das ist doch schon grund genug lachs nicht essen weil lachs cool ja machen wir euch weiter das passt schon oh guck mal hier flieder 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 tausend lieder über flieder das ist so eine schlucht aber wahrscheinlich sehr spannend aus das ist so eine schlucht aber wahrscheinlich sehr spannend aus